Moin Moin, und da sind wir wieder zurück. Dann gehen wir mal durch. Wir wurden entdeckt. Er bitte Unterstützung. Wegbeschreibung angezeigt. Special Action, Nova Schneider. Auf, auf, auf. Hm. Ihr habt ja auch ein Special Action Team, mit dem ihr euch ein bisschen bewegen könntet. Ja. Auf, 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 auf. 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 So, jetzt Kugeln fangen. Hm. Da hin. Auf, auf. 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 Jetzt nochmal, ich mach die 3, ja, okay, ich mach die andere 3. Okay. Runterlaufen. Oh. Oh. Okay, ich muss da bleiben, gut. Ich weiß nicht mal, wie lang das her ist, Alter. Ich hab ja, ich hab das schon lieber gemacht. Wo ist das Problem? Jetzt war oben keiner. Da kam wieder keiner mehr. Oben war keiner. So. Aber Inanna ist jetzt da. Jetzt sollte es passen. Jetzt sollte es passen. Okay. Hier kann man direkt rüber springen, auch irgendwie. Äh, nein. Fuck. Wie waren das noch? So ein Special Action Key, oder was? Äh, springe ich hier in den Abgrund? Aber warum? Wieso ging der Special Action Key nicht? Hier, 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 hier. Wir gehen, dass das Ding hat er. Ach, da oben muss ich hoch, okay. Oh. Okay. 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 Oh, frisch. Achso, hatte ich schon. So, dann. Müssen wir runter, oder? Ja. Nein, okay. Noch mehr seltsame neue Freunde, herrlich. Und voll mit ihm. Der Special Action Key drücken. Ja. Abspringen und Special Action Key. Springen und an den. Ja. Boah, da wurde ich aber weit gepordelt, ey. Ja, ich spiele spielen. Oh, alle da? Ja. Ja, ich glaube. Oh. Das ist angenehm. Ich kann die Kraft der Wehen spüren. Ich werde euch alle verdichten. Ja, das ist angenehm. Meine Stärke wächst an. Nein. Entschuldigung, du musst ein bisschen mit CC machen, ne? Also nicht, aber... Oh! Irgendwogen, tschu 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 so ein bisschen... Ihr werdet euren Augen nicht holen, wahrhaftig! Erkennt man irgendwo ran, welche das Richtige ist? Ne, ne? Ist ich gerade nicht voll dran... Ich glaube nicht, ne? Okay, also alles mit... Hier ist es nicht... CC... Aber ich glaube da, wo Ilana ist... Einfach breaken, einfach breaken... Ja... antes Kalan VISTA Ins Sim cleaner Big Day 15 25 Ich mach nicht googeln. Ok. Und CC. Kommen wir. Nein. Hier wieder, danke. Okay. Und er da hinten. Au. Ah, Gott. Auch weg. Mach weiter, Sascha. So, an der einen Position stehe ich schon. Braken, braken, braken. Was für ein Spaß. Ich brauche eine Pause. Hier, ich gebe euch diese Kugeln. Dieser ungeduldige kleine Mann mit den scharfen Zähnen hat sie mir gegeben. Ihr sollt sie haben. Kommt bald wieder, dann spielen wir ein anderes Spiel miteinander. Wo ist denn die Kugel? Achtung, Kreaturen aus dem Jenseits. Hier kommt Yoko um. Ach was. Ihr Leute habt euch schon drum gekümmert? So. So. Ich glaube, das habe ich richtig gemacht. Ich habe den Weg zurück geöffnet. Los, kommt. Sehr schön. Also, schauen wir mal hier. Sieht aus, als reicht er die Kraft, um das Hauptportal zu öffnen. Ja. Ich habe es geschafft. Äh, wir haben es geschafft. Mann, oh Mann. Da geht... Dieser Ort ist unglaublich. Holla! Seht! Seht! Holla, die Waldfee! Ja. Ja. Diagnose abgeschlossen. Nutzerunfähigkeitsausnahmefehler 1189. Stores Ding. Undankbar. Neustart. Neustart abgeschlossen. Hallo nochmal. Na gut, dann wollen wir mal. Status? Initialisierungssequenz unterbrochen. Wir müssen ihn irgendwie auf uns aufmerksam machen. Die hohe Energie in diesen Solarbluten. Ich frage mich, ob... Versuchen wir sie in diese Reaktion zu schubsen. Ja. Äh, wo ist meine denn? Da ist meine. Ey, warum schießt eigentlich einer immer gegen meinen? Ach, die sind Personen zugeordnet. Ja. Ja. Okay. Holla, Freundchen. Alles gut. DDR. Na. Ja. Ihr zerreißt buchstäblich das Gewebe der Nebel. Genug. Eine Einmischung ist nicht erwünscht und muss aufhören. Verschwindet. Seht ihr? Das ist... Aktiviert den DDR. Hm. Ich denke, wenn ihr runtergeführt, werden wir mit den Special Activity wieder drauf kommen, ne? Ja. Ja. Ich verstehe an diesen grässlichen Piraten, die ihr gnadenlos ein und andere Mal dahin gewechselt habt. Stabilisationsmechanismus invertiert. Das volle Potenzial dieser Waffe ist im Begriff zur Realität zu werden. Oh my God. Ja. verbunden. Achso. Das ist meine da. Alles da hinten. Boah, ich komm nicht ran, alter. Ich fühle mich besser. Jetzt war mir zu langsam, sehe ich das richtig? Ja. Wo ist keiner denn jetzt, wo ist keiner bei mir? Boah, was ist denn das? So, komm mit, komm mit, komm mit. Kriegen wir gar keine weg, sag ich. Ich komme immer wieder, ne? Ja. Ja. Ich habe mir eine. Ich habe schon wieder keinen. Ja, hier, denkst du, da ist zwei. Was muss man mit den Gegern? Das Ding ist auch gar nicht weg. Ah, man kann da auch da ranlaufen. Okay. Gegen Schießen oder gegenlaufen. Ja. Hab ich gesehen bei Ihnen, Nana. Hey, kannst du mit da in den Fächer leihen. Okay. Nee. Ja. ddr stabilität 80 prozent naja, so stabil war die DDR auch nicht das ist wieder Infra-Funkpack mal eins dagegen laufen hier drüben noch der muss weg umgefallen, verdammt Darks lauf doch da hin ist doch hier gewesen danke dann bringen wir wieder nur eine weg wir hatten schon mehr schlag doch einfach mit der 1 dagegen oben die ddr stabilität 60 prozent die ddr die ddr die ddr die ddr Was ist das? Ich bin stark! Ich bin stark! Ich bin stark! Ich bin stark! Oh, Nummer 1. 2. Die gehen alle in die gleiche Ecke. Hier vorne noch. Schnell, 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 schnell. Die Ecke. So, klar. Wow. Wenn du das Totenkopfding hast, dann kannst du ja unter das Schild gehen. Pass auf, schon wieder. Ich habe mir das Chaos der unendlichen Raumzeit Zeitdienst, Bargema. Danke dir. Die Lana heal. Ich habe die letzte Sequenz gestartet. Sie ist nicht 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 mehr aufzuhalten. Achtung. Die Fraktion steht unmittelbar bevor. Wer? Dies ist nicht der richtige Ort für Erklärungen. Schnell. Ihr seht so jung aus. Dieses Gerät. Seid ihr etwa der Plagegeist, der die Fraktale destabilisiert? Von den Variablen, die es hervorbringt, schwirrt mir der Kopf. An der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, Tschüss.